Spartan Serapama, Infinity Commander an alle Einheiten der Navy, Army und Marines. Ihr könnt durchatmen, die Spartans sind da. Spartan Miller an Feuerteams Castle, Majestic, Domino, Ivy und Crimson. Hier sind die Koordinaten für den Einsatz. Crimson, ich bin heute Ihr Führungsoffizier. Crimson, wir setzen Sie hinter den feindlichen Linien ab, um den Marines unter die Arme zu greifen. Sie haben den Commander gehört. Wir sind hier, um ein paar Leuten von uns beizubringen. Crimson, hier Commander Palmer. Ihre Mission besteht nicht nur aus Chaos und Verwüstung, so spaßig das auch sein mag. Miller, markieren Sie die Ziele. Schon dabei, Commander. Das sind Energiekerne zur kabellosen Kurzstreckenübertragung. Zerstören Sie sie. Oder die Allis errichten Basen, aus denen wir sie nur schwer rausjagen können. Allianzfahrzeuge stehen zur Übernahme bereit. Ihr habt das schon gesehen, liebe Freunde. Wir sind mitten in Spartan Ops, dem ersten Level. Herzlich willkommen. Der Rikki ist auch mit dabei. Hi. Hi Sven, grüß dich. Da sind wir wieder im Hello-Universum angekommen. Ja, gut, gut siehst du aus. Was ist denn da in Rot? Das ist Rot? Bei dir ist Rot, ne? Bei mir? Du bist grün. Grün, grün, grün. Und hast natürlich den schönen Helm auf mit dem Einhorn vorne. Ah, jetzt genau. Wir haben uns doch hier für Multiplayer. Genau, das ist der Multiplayer, genau. Ja. Das war uns auch. Ja, genau. Den legendären Helm hier für die Konsole. Da war ja auch dieser Helm dabei, ne? Ja, ich glaube, der war dabei, ne? Ich glaube nicht, das ist wirklich der Meinung. Genau, richtig. Gut, meine lieben Leute, wir spielen das hier auf legendär. Selbstverständlich höchster Schwierigkeitsgrad mit drei Schädeln an. Einen Schädel kennt ihr schon. Das ist die Grand Geburtstagspartyschädel. Dann haben wir den IHD VSK-Schädel. Äh, da sind die, äh, Explosionen etwas doller. Und dann haben wir noch einen. Der Riggi schießt hier schon mal mit dem Geschütz. Ja. Das ist gut, warte mal. Ah, der fällt jetzt weg. Warte, vielleicht schaffe ich das einzusteigen. B gedrückt halten. Da haben wir noch einen Schädel. Da sind die, äh, Dialoge von den, äh, Feinden erhöht. Oh, gut. Hier Ziele, alles neutralisieren. Ich schätze, das werden wir schaffen. Mal schön vorsichtig vorgehen. Da kommt Feind, zwölf Uhr. Vorne, vorne, ja. Ich überlege gerade, wie der andere Schädel heißt. Ich sage, reiche ich nach, meine lieben Freunde? Oder ich schreibe das einfach mitten rein. Und, Digga, du musst zielen und nicht unsere Freunde treffen. Nee, 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 nee. Bleib mal stehen. Ja, der. Wunderbar. Der war besser, ne? Ja, ich bleib stehen. Ja, 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 ja. Gleich hast du ihn. Noch einmal. Noch eine Salve. Salve Tore. Hier ist er. Ja, wunderbar, ja. Auf jeden Fall steht hier einer. Ach, der? Okay, du kannst doch nicht ranzummen. Das ist ein bisschen doof. Oh, schön aufpassen. Beim Anbisieren. Oh, da oben auf dem Berg. Alter, das ist schwierig. Ich muss hier in, äh, äh, in Bewegung bleiben. Ja, ja, genau. Du bist mein Kanonier hier, my friend. Wie in guten alten Zeiten. Da hinten ist einer, glaube ich, da unten. Ja, das sind mehrere. Ich muss leider in Bewegung bleiben. Ja, ist okay, ist okay. Ich gehe schon irgendwie hin. Oh, der sitzt ganz schön hart zu da oben, ey. Geh mal ein bisschen weg. Ja. Man schickt mal wieder aufladen, hier. Gut, meins sieht auch viel besser aus. Die Kasse ist echt schwer da oben, ey. Ich bleib stehen, jetzt. Boah, der weicht gut aus, ne? Der ist ja nur klein, der ist ja kein irgendwie Fahrzeug oder so. Boah, ich fahr hier mal hoch. Mal sehen, ob wir hier von dir besser hin treffen. Ja, mach mal oben, genau. Das ist echt einfacher. Sind das unsere da? Das sind unsere? Ja, ja. Boah, oh, oh, oh. Viel angenehmer komme ich hier. Einen Schuss. Ne, 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 ne. Ne, ne, lebt mir noch. Oh, 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 oh. Legendär, Alter, legendär. Hat der Bauch gestreichelt, oder? Boah. So, wollen wir mal gucken. Wo ist er denn, Alter? Ei, 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 ei. Du musst schießen, Dicken. Wir sind gleich tot. Das kann er mehr, das kann er mehr, oder? Ich sehe den nicht. Boah, nee, der ist jetzt weg, okay. Den haben wir ja erledigt. Dann fahre ich mal hier auf den Vorsprung. Immer sehen, ob das klappt. Du kannst echt rauffahren, bist echt mutig. Los, los, los. Das sieht gut aus. Ja, ja, ja. Was war das denn, bitte? Legendär, 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 legendär. Das war El Gringo, der hat geschossen gerade. Legendär ist nicht mehr so, weil das haben wir hier angeschützt. Legendär ist nicht schwer. Du willst den Ghost jetzt, oder? Okay, okay, das ist ein Race, der da schießt. Vorsicht. Gott, sehe ich schon jemand aus der Hände. Gut, wir müssen jetzt versuchen, mit den Ghosts hier weiterzukommen. Voll die geile Flugabwehr jetzt hier. Ja, ich bin ja auch mal da. Vielleicht aber meine Steuerung ist gar nicht jetzt die gute bewährte mit links Bumper, ne? Die hat er gar nicht übernommen. Hier liegt ein Race, den nehme ich mir mal. Macht das mit mir, ich muss ja eben meine Steuerung mal angucken. Hat er? Doch, meiner hat er Bumper übernommen. Nein, leider nicht. Bei mir jetzt so wirklich. Oh, das ist aber schade. Ich bin mittendrin. Ey, Lutz, zwei, und wie gesagt, ich muss ja ganz kurz das Regeln hier für meinen. Boah, Alter. Ein Race auf Legendär hier besiegen. Oh, der kann das aber auch hier hin und her fahren. Grüner Daumen. So, zwei Schüsse geht. Wunderbar. I love my Race. Hm. Ricky! Ich brauch dich hier. Das ist gerade ein bisschen blöde. Ich kriege gar nicht immer rein, die Steuerung hier. What's the problem, Alter? Ja, nix Steuerung, nix Wimper. Jumper. Boah, der Typ, der kommt ja immer näher. Pisser. So, jetzt bist du weg. Nix Bumper, Steuerung? Nee. Oh, schlecht. Wir springen A. Phantom, ja, ja. Gut, muss ich jetzt durch. Hier hindert es nichts. Ja, bei LO2 haben wir es natürlich ein bisschen reingefummelt in die Steuerung. Das muss ich mir hier ein bisschen ungewöhnen wieder, ne? Das ist leicht blöde jetzt. Ja, klar. Ich brauch dich hier. Ich hab hier drei Ghosts. Die sind ziemlich wendig. Das ist nicht so einfach hier, den mit dem Race zu besiegen, die Jungs. Bisschen denn? Oh, das war's. Alter. Okay. Von der anderen Seite? Da ist noch ein Race hier. Hier steht ein Race. Hier, hier, hier. Wo, wo, wo? Hier, wo ich bin. Ricky? Ja, ich komm doch schon. Fahre mich jetzt nicht über den Haufen hier. Ich bin ja der, der direkt. Ja, ja. Hier, guck mal hier am Rand. Hier. Ich schnapp da schon hin, ja, aber... Ja, wunderbar. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir, Tiger. Oh, ich bin drin. Fast, fast ein Volltreffer hier. Jetzt mal reden. Hey! Double Fire. Ja, jetzt, jetzt kommt... Jetzt krieg ich jetzt los, hier. Jetzt, jetzt kreisen wir sie ein, hier. Jawohl. Wupp, 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 wupp. So, ich neutralisiere hier mal das Gerät. Oh, da haben wir Querbeschuss, Querbeschuss. Ganz von hinten, von hinten, von hinten. Das ist ein Race. Wollen wir uns näher ranwagen, oder wie? Ja, müssen wir. Sonst macht ihr uns fertig. Ich neutralisiere hier mal das Ding, so. Oh, ich bin platt gesetzt worden von einem Schuss. Wie platt gesetzt? Oh, weg hier! Gelehnt, oder was? Weg! Oh, tot! Wie tot? Hör mal auf. Ich geh mal voll ran jetzt, von in die Eisen. Ja. Ja, frik ist es. Du bist auch tot? Das Gute an der Geschichte ist, dass wir hier keine Speicherpunkte haben, sondern nur Respawn-Punkte. Und das, was wir erledigt haben, das haben wir auch erledigt. Guck mal, die zwei... Das ist ja nett, okay. Zwei Basen sind jetzt erledigt, ja. Ja, das ist schon mal ein Vorteil. Das Einzige, was hier ein Nachteil ist, dass wir jetzt keine Fahrzeuge mehr haben. Ich hab eins. Also, ich glaub, ich hab mich jetzt hier nicht... Echt? Wo denn? Wo denn? Wo bist du, mein Freund? Ja, hier, wo ich eben gestorben bin. Eigentlich in dem Canyon da. Ah, da bist du wieder... Wo hast du den Race gefunden? Der parkt ja da oben im Halteverbot. Oh. Dann kümmere dich mal um den Race, der da hinten ist, bitte. Ja, aber ich zu dich drangehe, macht er mich irgendwie ziemlich mehr als frisch. Mich tot. Ganz tot. Mausetot. Ich versuch mal hier, den Ghost zu erreichen. Da seh ich einen. Die Reichweite reicht ja nicht. Aus... Doch, doch, doch. Du musst etwas höher zielen. Oh, wie hoch ist das denn? Vorsicht. Danke, Alter. Danke, Anke, ey. Oh, hier ist ein neues Schrott hier. Ich komm gar nicht durch da, ey. Ich werd mal ein bisschen vorpreschen. Ich fahr mal anders hin. Der nervt mich echt. Ich muss was anderes machen. Ja, da muss ich ihn kriegen. Nützt nichts. Schau mal hier die andere. Wäre gut, wenn wir jetzt die beiden... Wenn wir jetzt beide auf ihn raufziehen würden. Hier wieder los. Ja, toll. Tod. Oh, das wär Mist. Oh, will der mich überfahren, der Sack, ey. Gibt's ja gar nicht, ey. Ach, ich bin direkt hinter ihm reingescoot worden. Was ist denn das? Ich hab ihn gleich. Oh, er hat mich tot, tot, tot. Ich helfe dir, ich helfe dir. Ich bin tot. Ich hab ihn, ich hab ihn. Geil, den Rest gegeben, ja. Den Rest, ja. Du hast gut vorgearbeitet, das ist ja sehr schön. Ich bin direkt in den reingespawned, weil es ist eine völlig komische Nummer gewesen, eben. Hier liegt doch auch irgendwo ein Race. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo irgendwie Fahrzeuge... Oder hattest du den? Also ich hätte den auf dem Berg oben, aber ich weiß jetzt nicht, welchen... Oh, ja. Alter, das wird nicht einfach, das kann ich dir sagen, ne. Komm, wir haben ja hier so eine... Was haben wir denn für Waffen? Ich muss mal checken. Ja, ich auch. Also auf keinen Fall hier... Der Sturmkarabiner. Ah, lecker. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Oh, da oben ist einer. Das gibt's doch nicht. Oh. Hast du? Oh. Vielleicht zersägt den Typen, ne? Ja, ist gut. Gut, 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 haben wir. Ich werde mal oben rauf gehen, mal sehen, ob ich da ein Geschütz finde. Oh, hier oben rauf. Oh, da ist so wieder so ein... Oh. Der war noch am Leben. Was? Wieder am Leben? Oh, noch ein Race. Oh, da unten war einer, ne. Oh, shit, die shit, ey. Der wollte es vorhin wissen, hier. Auf Kuscheltour gegangen, hier. Oh, danke, hat mich überfahren. Oh, Mann. Ein paar Granaten reinschmeißen. Hier bin ich wieder. Achso, komm her. Demnichter, kleiner Arsch, ey. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich hab ja noch mal ein bisschen nachbearbeitet hier an unsere Videos. Und da hab ich gemerkt, das muss ich hier mal als kleinen Zusatz noch mal dazu erzählen, dass wir die Granaten unendlich hatten. Ich hab geschmissen und konnte weiterschmeißen und der Zähler ging nicht runter. Bei Halo 2 jetzt, ne. Davon rede ich gerade, meine lieben Zuschauer. Ja. Also, du meinst immer oder nur mein Level? Nein, immer. Ehrlich? Ja. Oh, tot. Wie kommt das denn, ey? Weiß ich gar nicht. Ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich schmeiß jetzt hier nur gerade Granaten auf ihn. Bringt gar nichts. Irgendwie hat er so mega Power. Achso, okay. Der Strahlt bringt nicht viel ganz nach oben. Okay. Das ist so die... Ich hab unendlich Granaten, sehe ich gerade. Das ist witzig. Das ist ein Bug. Ich kann so viel Granaten schmeißen, wie ich will. Ja, dann mach ich mal tot hin. Ich kann echt jetzt hier ohne Ende Granaten schmeißen. Hammer, Mann. Ich schmeiß auch Granaten. Oh, jetzt kommt er hoch. Hab ich aber auch. Du auch? Ja. Oder soll das so sein? Also Plasma-Granaten hab ich immer vier Stück. Ja, und der kann ich unendlich schmeißen gerade. Na, cool. Boah, auch tot. Boah, bist du weggebolzt worden? Wo musst du denn? Irgendwie pulverisiert. Ey, wie wollen wir denn erst gegen die Kleinen? Ja, nützt ja nichts. Warte mal, ich kann hier Waffen tauschen mit ihm. Gib mal die Bazooka, danke schön. Ja, mach mal hier einen kleinen Superschuss. Ja. Okay, ich versuche ihn mal von hier oben zu kriegen, wo ist er? Gut, quick. Weg ihn mal ab. Wow. Hast du getroffen? Ja, na. Ja, einmal. Wo ist er noch? Oh, nee. Oh, ich auch. Beide. Was? Oh, nee. Dann fangen wir wieder. Aber es ist gar nicht so schlecht. Hier stehen Races. Races? Wir bringen dir ja was für ihn. Races sag schon Ghost. Das ist ein Ghost, ne? Wie komme ich denn auf Races? Bin auch schon durch. Ich bin aber besser noch nach Races. Races Races. Rrrrwee. Races. Da ist aber noch mal eine Bazooka. Das finde ich cool, dass sie da noch liegt. Wow, wow, wow. Wo? Äh, lag. Scheiße, rausgespawnt. Nein. Wie rausgespawnt? In dem Moment, wo du die... Ja, tot. Deine gierige Hand am Abzug hattest, oder wie? Nee, ich wollte gerade die Bazooka nehmen. Dann ist sie weg. So verploppt so. Sie ist weg. Gut, wir haben ja die Ghosts. Insofern, denke ich mal... Denk mal nicht, dass die auch mehr auseinanders einschossen. Bisschen näher ran, das wird schon gehen, irgendwie. Ja, ich mach jemanden mal ein bisschen... Ab in den Canyon. Oh, alter, alter, alter! Was ist denn da hinten los wieder? Oh, ich kriege... Wahnsinn, Alter, die hat mich einsch... Ich wund mich mal von hinten näher, da kam eigentlich der Nächster irgendwie von... Hey, das wird ja deine harte Nummer heute, ja? Das ist ein Legendär, mein Freund. Das ist ein Legendär. Ach, der konnte ich nicht umfahren. So, jetzt. Junge, Junge, Junge. Der Typ ist echt gut da oben im Geschütz. Ich will dir total den Überblick. Okay, da ist einer, da ist einer. Den mach ich erstmal platt, hoffentlich. Ja, den haben wir. Oh. Den haben wir. Oh, blend. Das ist ein ganz anderes Spielfeeling als der zweite Teil. Auf jeden Fall, Mann. Oh, tot. Was, das ist ein Neutralisier noch? Hier ist so ein Ding, hier ist so ein Schütz. Ja, ja. Das musst du neutralisieren, klar. Okay, ich falle mal gegen. Ja, ich auch. Ach, du bist auch gerade da, ja? Sehr gut. Ja, klar, ich spawne ja immer dann in deiner Nähe, logischerweise. Mein Fein. Wunderbar. Oh. Hast du ein Geschütz, du Arschkleingrand? Tot. Wie, wie, was, wo? Der Kleine hat dich... Ja, der hat ein Geschütz. Was hat der denn, ey? Ein grünes Mistviechgeschütz. Oh, das brauch ich, das brauch ich. Von hinten, nein, das Gefährt immer noch. Nee, das immer noch. Der lebt ja noch. Oh. Tot. Der lebt ja immer noch. Wer? Das Gefährt da hier, dieser Waze oder was. Der haben wir eben... Ja, natürlich lebt er noch. Ich dachte, der hat sich das Leben erledigt. Nein, leider nicht. Jetzt fangen wir wieder von Anfang an, ne? Ich glaube, das ist ein Ding, was wir auch gespeichert haben, irgendwo. Ja, ja klar. Gott sei Dank. Das ist ja ein Vorteil von Spartan Ops, dass du das auf Legendär schaffst. Ja, das wäre so derbstunfair, ne? Ja. Okay, wir können die doch leben lassen, oder nicht? War es ihn? Ja, oder war es ihn? Den lebt immer rum. Lass ihn jetzt mit zwei Ghosts einkesseln. Oh, voll ging. Was machst du denn da? Gemüsepalme gefahren. Was machst du denn da? Scheiß, ich gehe noch nicht mal raus. Was machst du denn da? Schlecht geparkt. Gemüsepalme, Aloe Vera. Ich komme ja nicht mehr raus, ist das. Oh nein. Spielzeitpistode, Herr Pärker. Bist umgefahren noch. Kurz vorher B drücken. Ah, tot. Dei, die sind so schlau von der Intelligenz hier, ne? Massiver Angriff hier. Der weiß ganz genau, der kommt da an mit zu Fuß oder der ist mal schön überfahren, ne? Oh, jetzt, okay. Ich versuche ihn mit dieser Waffe, die ich jetzt gerade aufgehoben habe, das ist ja die Lehmwaffe, sorry, mal zu lehmen und dann zu kapern. Mal sehen, ob das geht. Von hier oben mache ich das mal. Bist du auch mal im Plan, ne? Ja, warum nicht? Steig mal hier ab. Weil das geht. Im zweiten Teil ging es ja nicht, aber ich glaube, dass man da... Leg ihn mal ab. Ein bisschen gehen eigentlich, ne? Ach, scheiße, daneben gezielt. Oh, er ballert auf mich. Ja, jetzt. Jetzt, jetzt. Ich gehe ran. Oh, Beiler. Ah! Ah! Wieso geht das nicht, B? Oh. Ich habe B doch gedrückt. Oh, ne, oh, ne, oh, ne, oh, ne. Oder hätten wir mal was anderes drücken müssen. Ja, B vielleicht. Nee, RB ist, RB ist ja schlagen. Ich glaube, er zeigt das irgendwie an, glaube ich, ne, in dem Moment. Ja, war aber bei mir leider nichts. Gar nicht? Nein. Ich schleiche mich jetzt einfach mal zum Neutralisierungspunkt rüber. Du lenkst ihn mal ab. Ich habe ihn schon ein bisschen zum Rauchen gebracht. Gut. Aber ich bin jetzt auch tot. Boah, jetzt hat er wieder den Fokus auf mich hier. Hilfe! 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 Gehst du das mal auf Dauerkrämie nochmal tot? Oder nicht? Scheiße, Geschütz. Oh, den gibt es doch gar nicht. Oh! Junge, Junge, Junge. Bist du auch tot? Ja, natürlich. Oh, wieder von Anfang an hier. Das wird ja langsam unangenehm hier. Hier, guck mal, da oben ist auch einer. Hier, der Ding. Da ist ein Ghost. Ne, und da unten. Ne, jetzt. Das ist ein Raze! Ja, den nimm du den mal. Ja, okay. Hey, den habe ich gar nicht gesehen. Jetzt hat er sich da wieder hingespawnt. Das war nicht. Der kommt ja mal ab und an. Ah, das ist gut. Ja, gut, dann fliegen wir mal hier runter. Achso, mit groß habe ich ihn auch schon irgendwie ein bisschen zum Räuchern animiert. Oh, yeah. Oh, ich liebe diesen Raze. Der sieht so cool aus. Hinten auch der Fluxkompensator. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Doch. Dieses rotierende Teil da hinten. Oh, nee. Wird nicht langweilig hier. Nee, absolut nicht. Wollen wir mal schauen, wie wir ihm jetzt mal beisetzen können. Well, well, well. Ach, nö. Ja, ja, Treffer. Haha. Er hat mich getötet, er war abgelenkt und dann hast du ihn erledigt. Sehr gut. Super, ein Schuss. Wolle ich denn jetzt? Ich sitze mit drauf, oder was? Ja, du bist oben drauf. Du kannst schießen. Ui. Sag ich ja, da haben sie verbessert, was der Raze betrifft. Ja. Das ist richtig gut, den kannst du zu zweit bedienen. Da vorne sind sie vorsichtig. Geschütze haben die. Mhm. Grüne Mistgeschütze. Mag ich gar nicht. Die sind gefährlich. Ja. Boah. Der geht doch gleich mit der Entdeckung, ne? Alter, die sind echt gut, die Jungs. Ich sag dir das. Das sind wirklich Elitekämpfer. Ja. Oh, kann doch nicht sein, dass er uns hier den Raze weghaut. Ey, scheiße. Ich muss zurück. Ich muss hier zurück. Ich muss zurück. Überhetzt, überhetzt. Ein bisschen aus weiterer Entfernung. Ich glaube, jetzt haben wir ihn, ne? Ja. Vermutlich, ne? Ja, gehen wir ran. Ja, haben wir. Dann machen wir eben das Ding hier platt. Ja, mach platt. YouTube, da meine Kanone. Okay. Bam. Gut, was jetzt? So, haben wir noch irgendwie... Ziel abgeschlossen. Eine Markierung. Der in Rot. Genau. Letzter Kern deaktiviert. Gut, jetzt müssen wir wieder da hoch. Okay. Dann tun wir das. Mhm. Ja, wie gewohnt, meine lieben Freunde, werdet ihr immer volle Folgen hier sehen können von den Levels. Das haben wir uns dann vorgenommen. Das ist dann am besten zum Schauen auch, ne? Ja, genau. So sieht's aus. Oh, du Scheiße! Yo, yo, yo! Was geht ab, Leute? Ich musste mal einen kurzen Schnitt machen hier. Ihr habt aber nichts verpasst. Hier, der Game Capture hat mal wieder was, ein Dienst aufgegeben, aber wir haben alles gerettet und retten können. Der Ricky ist auch da. Hi, hi, Ricky. Hi! Ja. Ja, ja. Voll konzentriert hier. Ja. Zweiter Teil hier. Jetzt geht's aber richtig ab hier. Die kleine Person noch von dem, der Gegenschlag, der Gegner hier. Ja, ja, genau. Jetzt geht's hier ab. Die vier Sachen haben wir ja neutralisiert. Boah, du müsst aufpassen, dass unser Race nicht kaputt geht. Genau. Faktus weg da, Emi. Oh, links ist einer. Oh. Oh, er haut ab, ey. Gut, dass sie keine Geschütze haben, ey. Ich überhütze irgendwie meine Kanone. Du musst was machen. Ja, ich mache Dauerfeuer, weil ich meine, das ist doch nur jetzt meine kleine Kanone. Was ist denn da unten los, sag mal? Da ist doch noch ein Grunt. Was will der denn da unten? Tust egal, weil du mal rechts, rechts, hier rechts. Ah. Oh, kann auch willkommen. Noch einer, noch einer, von rechts. Ja, ich will ja erst mal den Grunt hier nicht, dass er von uns, von der Hackpartie hier Sorgen macht. Der hat nämlich ein nettes, ja, genau, Lähmungswerkzeug bei. Oh, hinten. So, das hat er nämlich gesehen hier. So, die können aber auch springen, ne? Das ist ja echt fabos, ne? Einmal. Die haben irgendwelche bionischen Implantate bei oder so. Ja. Guck mal, mal hinten. Die willst du irgendwie dich ranwagen? Ja, ich muss ein bisschen näher fahren. Ja, ja, ja. Achte auf die kleinen Ghosts. Ah. Das ist zu einfach, wer. Scheiße. Ah. Stirb. Stirb doch. Nein, den habe ich noch. Nein, nein, ich muss auf die Plasma-Bälle aufpassen. Ich bin tot gerade. Du bist tot? Ja. Ah. Ich muss wieder zurück. Ja, den habe ich. Stipp ja da. Okay, okay, okay. Ja. Baller mit, ne? Ja. Sehr schön. Haben wir, wunderbar. Wow, wow, wow. Die herannahenden Allianz-Truppen denanzieren. So ungefähr, ne? Komm, wenn wir mal die Grants. Weil er aufgeräumt wird hier. Oh. Er ist von mir beseitigt. Egal, wir haben viel geschafft mit dem Race. Besser als wir beim ersten Versuch gebraucht haben, bevor wir gemerkt haben, dass es gar nicht mehr aufnimmt. Leute, uns noch nein. Ihr könnt ja nichts sagen, weil wir, ja, wir müssen doch zuhören. Ey, was hier? Oh, Kamikaze, ey. Was machst du da? Es sieht echt cool aus. Kamikaze. Oh, da fahr ich nicht hin, da will ich nicht hin, da will ich nicht hin, da will ich nicht hin. Weg, 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 weg. Oh. Du kannst doch entkommen, ey. Das ist ja Hölle rein. Sie haben ja alles dabei, du. Ja, volles Terror. Ich sehe nur noch grün, ey. Das ist echt nicht so dicht rangehen, ey. Die stellen wir gar nicht. Da kannst du raufballern mit dem Gewehr, da passiert gar nichts, ey. Ja, mit groß ist auch nicht besser. Das ist ja echt... Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Immer nur auf einen konzentrieren, dann geht das. Ich will beide auf einen. Wenn es mal gehen könnte. Ich habe keine Mut mehr. Einen haben wir, einen haben wir. Oh, tot. Das ist immerhin gerichtet, glaube ich. Haben wir noch einen Race hier stehen? Guck mal, wusste ich doch. Steig mal ein. Nee, du mal alleine und ich mache ein bisschen hier Flankenball. Schieß dich mal rein in die Menge da unten. Ah, ich habe Flakgeschütz, geil. Cool. Flakgeschütz? Ja. War das im Waffenhalter? Ja. Sehr gut. Ja, so muss das sein. Was zum Tod, Alter, ist es glaube ich nicht. Wirst du wieder bei mir im Schiff? Kannst ja aussteigen, wenn du willst. Äh. Oder. Ja. Oder nicht. Oder lieber nicht. Nee. Ich bleibe erst mal drin. Wundervoll, Crimson, sagt er. Will ich crimson oder bist du crimson? Wir sind crimson. Die ganze Truppe. Die Truppe ist crimson. Do you know das? Jetzt schon. So, was haben wir denn jetzt? Oh. Wenn ich jetzt Vollpower da durchfetze. Nein. Du bist hinwegweilern. Wir brauchen den Race noch, Alter. Der ist so wichtig für den Berg nachher. Jawohl. Genau, so ein bisschen ranfahren, mal einen Schuss abgeben und weg. Weg mit den Leuten. Boah, die verpissen sich auf die rechte Flanke. Ja. Ja. Sehr gut. Das ist voll entgriffen. Du bist so weit weg vom Mikro. Was ist los? Ungefallen. Ich bin hier umgekrippt. Was war der denn jetzt? Da, da, da. Ah. Ich kann jetzt eher passiv zugucken. Ja. Ich weiß, du kannst nicht viel bezwecken, aber du kannst dich ein bisschen ablenken noch, wenn es geht. Ablenken. Die machen mal Rolle vorwärts, rückwärts. Ja, die machen da voll die Turnübungen. Nein, nein, nein. Was passiert? Gelehnt, gelebt, gelebt, gelebt. Ah. Scheiße, wer ballert denn da? Oh, nee, schon wieder der Geschütz-Gruntz. Ich hasse die kleinen Viecher, ey. Die müssen sterben, ey. Ich hasse sie, ey. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ist nicht da? Nee, weil ich sitze oben drauf und weil die mich da wegballern, dann bin ich gleich tot. Und du sitzt da unten drin, geschützt halt, ne? Oh, ich... Alter, der Wraith, der brüllt hier schon nach Tod, ey. Auf jeden Fall steht da unten noch einer. Ich sehe da noch einen Wraith. Also, das ist nicht unser letzter. Ich denke, du kriegst aber welche neue, neue irgendwie reingespawnt. Sterb doch! Ist viel! Vielleicht wieder Mattia. Rick is on board. Rick is... Du musst sagen, wenn du AFK bist, Digger, dann weiß ich Bescheid. AFK? Ja, away from keyboard. Kennst du das nicht? Nee. Ah, geil. Digger, da merkt ihr den Begriff. Das ist wichtig. Ach, was? So. Da stehen sogar zwei Brace, ey. Mach mal erst mal hier die... Ja, wundervoller Treffer, ey. Wundervoller Treffer. Wie, Fusssoldaten? Ich muss ja deren Laufrichtung quasi so ein bisschen erahnen. Das ist voll über die Hasen. Hoppel, hoppel, Haken links, Haken rechts. Ach ja. Allerdings, ja. Okay, gut. Wir steigen mal um auf... äh, einen anderen. Wie, anderen? Race, der hier steht. Entweder steigst du mit ab, oder... Ich steig vorne einen. Nimm den ganz normal. Ja. Ja, dann nehm ich ihn doch auch, genau. Ich nehm ihn einfach mal. Der ist da ziemlich... ...brennt. Liiert. Brennst, ich brennt schon, Amy. Ich positioniere mich auf der anderen Seite und werde mit Plasma-Bällen in die Menge reinschießen da. Ich werde versuchen, die ein bisschen abzulenken, während du von der anderen Front kommst. Oha. Dann kann ich da ein bisschen was treffen. Ja, ein Grund erledigt. Und sie mich... Oh, toll. Ja, danke. Bist du dort schon? Ja, ja, war schon etwas warm an den Füßen unten. Da unten ist noch ein Race am Fuße des Berges. Am Fuße des Berges hast du mir. Links, wenn du jetzt rausguckst, auf 10 Uhr. Da, da, da. Ja, genau. Ah, so treffe ich hier nichts. Ich muss hier runter, das ist schlecht. Ah, so einige haben wir doch dezimiert. Ja, es geht voran, ne? Sieht schon ganz gut aus. Es geht stetig voran. Wird von hier versuchen. Ich glaube, das ist die beste Taktik hier mit dem 2-Raisen, ja? Oh, die sind so böse, oder? Die fährst du ein bisschen weg hoch, oder? Ich weiß, ich weiß. Oh, der ist in Schutzschädter runter. So. Ein Race, zwei Fräse. Auf die Fresse, oder was? Nee. Fräse, nicht Fresse. Fräse. Was sind Mehrzahl von Rays? Ja, Frasse. Fräse. Fräse. Fräses. Yeah, Fräses. Liebe Zuschauer, wenn ihr das wisst, einfach mal in die Kommentare. Das haben wir heute ja die ganze Tasche, so ein Wortspiel, was ist die Mehrzahl von zum Beispiel Lager, ne? Lagers. Nee. Lega. Ja? Ja. Und Deckel? Viele Deckel. Ein Deckel? Viele Deckel. Viele Deckel. Ja, es gibt teilweise Wörter, sag ich nicht einfach, was irgendwie. Irgendwie passiert hier nichts mit unseren Plasmaschüssen, ne? Kann das sein? Wieso? Doch. Ja, dezimieren wir da oben ein paar. Ja, natürlich. Ich sehe das irgendwie nicht so. Oder? Wir sind bei da rechts. Knobbi. Knobbi ist da, ey. Die haben sich da alle versteckt. Hinter der Barrikade. Die springen mal hoch, ey. Guck mal. Das ist voll Wahnsinn, was die da machen, ey. Ja! Einen haben wir da. Jump, jump, jump. Look it higher. So, komm her. Ja! 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 Oh, da ist ja so ein Jäger. Oh, mein Lieblingskamerad, ey. Ja, der ist aber fein, der Jäger. Oh, ich liebe Jäger. Ja, im Legendärmodus. Ich konzentriere mich mal auf den. Mal sehen, ob ich den kriege. Oh, jo, ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Ja, nützt ja nichts. Wir müssen das jetzt hier durchhalten. Alter, das ist echt wie ein Kaugummi, ey. Gerade. Das ist C wie ein Kaugummi geht das. Ja! Ja! Hast du ein Wildschwein gejagt? Ein Jäger ist, glaube ich, erledigt. Einer ist da noch oben. Ja! Ja, den habe ich. Sehr gut. Ja, noch ein Grandi. Das sind die letzten Ziele noch. Die letzten Ziele. Markiert sie bitte für uns. The last. Leichter haben. Targets on the time here. Wow. Ja. Oh, das ist noch ein Jäger. Das ist ein Jäger. Oh. Die kriegen wir ja wohl. Doppel. Doppeln. Doppel, 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 doppel. Jetzt. Ja. Noch ein. Doppel geschossen und weg. Und? Aua. Du hast mich selber angeschossen. Hab ich nicht. Doch. Nee. Oder? Doch hast du, ja hast du. Oh nee, sorry ey. Macht ja nichts. Ich steig mal die Maus. Lass mich mal den letzten töten, bitte. Ja, mach. Wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Komm her, komm her, komm her. Anschleichen von einem Glückbruch oder wie? Komm her, komm her. Zack. Echt? Ja, das war's. Du? Ziel abgeschlossen. Aha. Zulande zu übergeben. Ja, machen wir. Da ist er, da. Unser. Ah. Ui, ui, ui. Ah. Wie landet der jetzt noch? Tja, beeindruckend, natürlich beeindruckend. Tja, Knümsen. Ich habe Commander noch nie Komplimente verteilen hören. Hey, ich fühl mich hoch. Wir sehen uns auf der Infinity. Hey. Yeah, wir sehen uns auf der Infinity. Hallo, nehmt uns mit. Ja, jetzt geht's doch. Wunderbar. Kapitel abgeschlossen. Juhu. War es nicht ganz so schlecht, ne? Guck mal, ich hab auch einen Erfolg bekommen. Du auch? Ja. Jetzt ich auch. Und zwar sind's 5G. Operation Abschluss. Na, immerhin, ne? Abschüsse, 54. Wunderbar. Dann würde ich sagen, äh, war das jetzt hier der Level im nächsten Kapitel? Ja. Geht es, ja? Geht es weiter? Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, der Ricky, äh, und ich würden uns natürlich freuen, wenn ihr am Ball bleibt. Bis hier, Dani. Genau, jetzt noch mal Ankündigung. Wir machen jetzt ein bisschen das Baden weiter. Und dann, denke ich auch mal, wird's weitergehen mit Halo 3 demnächst auch noch mal. So als Vorankündigung. Also bleibt dran und klickt uns weiter an. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Nächster Level Artefakt. Tschüss, tschüss, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020